Ja, hallo! Ach nee, jetzt ist ja schon mal da dunkel. Na, mal gucken. Mach doch mal auf. Lass mich doch mal raus hier. Warum lässt denn er mich nicht raus? Ja, jetzt. Ach ja, ich wollte ja kommen hier in den Filmen. Eine Woche. Oh, eine Falle muss ich weiter machen. Oh. Oh. Okay, den hab ich auch noch. Ach man, ich hätte nicht mal eine Feder verlieren können. Ich brauch eine Feder. Oh. 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 Das ist wirklich immer hier. Da kann ich hier meine Rundschlafen. Da muss ich noch was trinken gehen. Was soll meine Feder fallen? Mann! Was soll denn ein Mist hiecht da, ey? Komm, lass meine Feder fallen! Ah! Sehr schön! Ey du, nicht erbauen! Toll! Naja, wir müssen gleich mal bisschen was zu essen. Ey, mach doch mal das Feuer an! Naja, das war nicht hier. War besser als nichts. Ah, sieht schon besser aus. Perfekt. Jetzt kann ich wenigstens wieder jagen gehen. Na komm. Das kleine Ding braucht doch nicht ewig. Oh, wieder viel drauf. Sehr gut. Sehr gut. So, mal gucken, wie geht's hier noch drauf. Gut. Muss ich das mal vor der Küche. Ein Bodenstamm. Fertig. Mal sehen, ob ich Glück habe. Aber ich lass mal eh noch rein. Oh, da kommen sie schon wieder an. Oh, da kommen sie schon wieder angewackelt. Geh mal rein, ja, geh mal da rein. Ach, Mann. Mach dich weg. Mann, warum bin ich noch nicht in der Falle? Was ist denn hier heute los? Oh, da rein essen. Oh, da rein essen. Wo sind denn? Oh, da rein essen. Oh, da rein essen. Wo sind denn? Mann, was ist denn hier heute los? Hä? Jetzt. Ist das wohl meine Pfeile oder aufsammeln? Ach, da war auch noch eh nur noch. Ah, verdammt. Nee, nee, nee. Ach, da war auch noch eh noch. Ah, verdammt. noch mal in den Arm. Ich nehme mal mein Haus rein. Na, ihr kommt bestimmt nicht mit. Genau, hört euch wieder jedenfalls ein bisschen besser. Fester. Ich tag mal Pfeilen an. Scheiße. Ach, hier ist ein Feueröl. Ach, das hat bescheuert. Bisschen heiß, wa? Toll, fallen das hoch hier noch rein. Na, toll. Doch. Da klebt er. Die ist ohne Fliege. Perfekt. Wunderbar. So. Wir kriechen den jetzt ab. Hä, wo ist denn da hin? So. 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 Jetzt machen wir erstmal was zu essen. Hä, nächstes Mal lassen wir eine Feder da. So. 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 Oh, das ist nicht wahr. Da. Na, das war's doch. Mach doch mal auf. Könnte ich ja eigentlich mehr machen wollen. Wo waren die nicht? Ach, da war's. Ja, mach ich mal eine hier hin. Ja, mach ich mal eine hier hin. Tsch af. Ja, mach du fait nicht mehr 피�ать. Es gibt ja oft einenmuşeren Schlagern. Ich baue es gerade. Lamp homeless. Das war's nicht sicher. Ja. Abettieren uns nicht mehr die Farbe. 5 noch nie nicht gut Oh ne, das sind ja schon mal die Anunitoden. Scheiße, es geht hier an, aber... Kannst du das mal sein lassen? Hallo? Blöde Eule, ey. Was ist denn da meine Freunde hin? Was ist denn da meine Freunde? Ach ne, wir müssen da halt kaputt. Ach man, ist das schon der Scheiße. Was ist denn da? 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 Was ist denn da kaputt? Haben die den Arsch offen? Was ist denn bei denen nicht richtig? Alter Schwede, ey. Was ist denn da kaputt? 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 d hier ist ein bisschen ein bisschen Prozent und alles kaputt und das war so gut Das war's. Und mal wieder meine Tür kaputt gemacht. Ja, ist immer eben drüben. Oh, diese Auslösung. Ich muss erst mal gucken, wie ich das jetzt so trotte. Durch die Steine. So. Okay. Das ist ein Lichter, ja. Nee, der wird jetzt voll beschissen hier machen. Scheiße. Kann ich das wirklich nicht machen? Ja. Komm, ich nehme mich auch nicht rein. Verstand. Ach, mach mal. Okay. Okay. Oh, du hast auch nicht zuhaften. Ach mal. Mann, mach dich fort. Oh, jetzt kommt der auch schon wieder ein, ich spiel. So, wie normal ist das Kopfhörer an die Zitzen hier. Zitzen, vorne. So, die älter hab ich schon gemacht. Komm, zieh Leiner. Komm, macht euch fort, Mann. Nerv. Ja. 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 Schau mal wieder vor die Leit. Ach, das ist ja überhaupt nicht so nett. Das ist voll dunkel. Oh, das ist ein bisschen da, das ist schon. Oops. Oh, das ist schon. 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 Da versorgen auch so was ich dann Ja. hallo auf doch mal auch nicht hoch genug du hast meine freile das komische ding Ach, ist Hutter bereit? Ich bin bei Arschbüste, ey. man ja näher früh fertig werden hey du hast noch ein pfeil stecken er macht sich aus mein haus aus ich habe sogar kollegen mitgebracht ich will da bloß mal meine ruhe vor euch haben man Oh Mann! Oh, die sind sich eh nie vor Pissen, ey! Aber die ist jetzt auch wieder voll dabei. Oh, er hat ins Feuer gelaufen. Wie beschadet ist er? Ja, mach doch mein Holz kaputt. Na klar! Oh! Oh Mann! Die Nerven! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Irgendwie ein Abraum, oder? Also... Wie muss er essen? Nein, natürlich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Das war's. Das sind's ja schon. Mann, was wollt ihr denn? Das macht euch weg. Dreckvieh. 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 Oh, das nervt. Mann, hör auf meine Lampe wieder kaputt zu machen. Mann, dann macht euch in der Falle, ey. Oh, das sieht's nicht. Oh, das sieht aus, ey. Oh. 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 drauf 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 drauf... Steht er da oben? Komm runter! Ja, die ist natürlich auch genau drinnen. Ich weiß, was da ist. Jetzt will ich gleich weg vom Rensor. Da. Oh, du bist meine Rehung. Okay, sehr gut. Oh, noch mal. Okay. 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 Ich werde das nicht so kaputt Ich werde das nicht so kaputt Oh, das ist ja so. Oh, diese Mistfiefe. Oh, ist nicht hoher, oder? Oh, Mann. Oh, Mann. Prozent 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 um ihre Handel dass die Gäste in der Allordnung Prozent 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 Alter. War das nicht der Typ mit der Taschenlammer? Oh, das ist der Typ mit der Taschenlammer? Ich habe mich erledigt. 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 Ich werde mich erledigt. Ich werde mich erledigt. Das war's für heute. Ich baue meine Eure hier auf. Mal abschweigern. Meine Hau nicht ab. So schweigern, wir lassen da die Seele auf. Okay, okay. Okay. Perfect.